Guten Tag, hier ist der Usuar. Ich grüße euch. Ja, letztes Video war ja dann auf einmal zu Ende, weil CoC sich einfach mal gesagt hat, ey, ich möchte nicht mehr. Ich will euch natürlich wieder mit einem Angriff verwöhnen und dann gucken wir weiter mal, wie es im Clan weiterläuft. Ich skipp euch mal raus, wenn ich jetzt Ewigkeiten brauchen sollte. Jetzt haben wir wieder drei Rages dabei. Ich habe einfach nochmal zwei Gift schön spenden können, weil zum einfach so wegwerfen sind es dann halt auch irgendwo zu schade, klar. Ich habe da einfach ein bisschen übertrieben. Oh, der hat eine sehr, guckt mal, das sieht echt so sehr, sehr komprimiert aus. Bei der Base, da denkt man gar nicht, oh, Town Hall 10, krass, die sind ja normalerweise dann doch schon ein bisschen auseinander, weiter auseinandergestellt. Den kann ich angreifen. Den kann ich angreifen, weil der Rest ist halt auch nicht der Knüller und der Inferno ist out of range, denke ich, wenn ich in dem Bereich bin, dann müsste ich den machen können. Wichtig ist natürlich, dass ich halt mir mindestens einen Rage Spell aufspare, beziehungsweise meine Ability, so. So, wieder vier. Ah, schade, die Expos sind halt echt gut. Komm, jetzt im, genau, im gerageten Zustand kriegen es dann die Mauerbrecher doch gerissen. Oh Mist, Gift, Gift, Alter, und Pekka, Pekka und Gift und Pekka und Queen Walk. Und jetzt guckt, so macht es der Guzoa und so macht man es richtig. Kein Stress mit Pekka. Wirklich gar keinen Stress eingehen, weil die Queen verliert, definitiv. Nein, 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 nein. Alter, Hashtag knapp. Alter, ganz ehrlich, wäre sie mir down gegangen, ich hätte es wirklich Supercell nicht übel nehmen können. Ganz klare Sache. Das wäre eine Sache gewesen, da hätte ich sagen können, okay, ich kann es vollkommen verstehen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich halt echt heiler spamme. Obwohl, so viel brauche ich gar nicht mehr. Sehe ich gerade hier, ist nur noch ein X-Bow auf 1, äh, auf 2. Hashtag supergeil. Alter, sehr sweet. Und wir haben schon wieder, klar, war jetzt relativ gut gestellt das Town Hall, logisch. Aber ich freue mich halt. Ich freue mich, klar, ich habe natürlich wieder 3, äh, Rage Spells verballert. Und wenn die Queen dann außenrum geht, ich denke, die geht nicht weiter rein. Ah, doch, okay. Ah, wir können gucken, sie kann ja ein bisschen angehittet werden. Und im schlimmsten Fall kann ich ja dann einfach sagen, gut, okay, tschüss. Aber ich hätte schon gern noch meine 30%. Das wäre schon ziemlich nett. Das fände ich ziemlich fett. So, jetzt Minenwerfer, dann Luftabwehr. Oh, ja, genau, geh erstmal schön weiter auf die CB. Lass ballern, Junge, lass ballern. Ah, ja, okay, hier, das ist jetzt das Todesurteil, ganz klar. Passt aber. Und ich habe wieder mal ein Town Hall 10er, na, was heißt geknackt, aber angegriffen. Wirklich, um einfach zu gucken, wie weit kann man mit der Range rein und so weiter. Das läuft auf jeden Fall. Oh, es ist einfach nur Spaß. Es ist einfach nur, ich habe mich echt auch so megamäßig darauf gefreut. Wie gesagt, jetzt bin ich ja schon wieder, ich weiß gar nicht wie lange, am, äh, ja, am Bearbeiten, beziehungsweise am Schneiden. Ja, erstmal muss ich es ja erstellen, so, äh, von den Videos. Und es macht einfach nur Fun. 6 Riesen, okay, muss ich mir halt merken, dass ich Riesen dabei habe, dass ich die eventuell nochmal vorsetze irgendwann. Achso, genau, ich bin ja so ein bisschen eskaliert mit den, mit dem Gift. Aber wirklich, es ist halt wirklich wichtig, Pekka, wenn ihr das seht, ihr habt irgendwo Pekka als Gegner beim Queen Walk, lasst es bleiben. Ja, Gift habe ich jetzt nur selber leider nicht mehr. Dunkles, gucken wir mal, was Tamino raushaut. Der war auch mal richtig, richtig gut dabei. Okay, hier erstmal schön CB gelockt. Und auch komplett gelockt, ganz genau. Und dann schön den Gift drauf. Da kannst du Gift drauf nehmen. Na, ich meine, fast 6k plus Bonus. Das ist ganz nett. Auch wieder mit der Taktik mit den Riesen, okay. Wie gesagt, wenn man da natürlich auf zum Beispiel einen inaktiven Gegner trifft, geht das natürlich richtig, richtig fett. Klar, Heal brauchte er eh nicht, wäre ja eh nicht gegangen. Gefreezed. 13er Queen, die kann eh nix. Da reißen wir mal einfach schön weg. Und hier ist der King schon so weit dabei. Lagerdown, guckt mal die Magier, die hier am Start sind. Wir haben keine Splash Damage von irgendwo anders, was jetzt sagen könnte, okay, hier kommt die Magier, hauen wir mal weg. Hier ist nur der Minenwerfer einwandfrei. Richtig schön das Rathaus gekesselt. Aber richtig schön. Da geht noch einiges. Also ich würde mal sagen, 70% sind da locker drin. Na, doch, die Masse der Magier-Türme. Krass, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nur echt gedacht, da geht noch richtig die Luzi ab. Aber nice, nice fight auf jeden Fall. Also wie gesagt, fight mäßig werden wir hier echt richtig gut versorgt. Top 10. Ja, wenn alle mal. Ja, okay. Aber ganz ehrlich. Wir gucken mal ganz kurz auf Top 10. Also erstmal gucken wir mal, wo wir liegen wieder. 49 bei 50 Mitgliedern. Muss man jetzt wirklich wieder sagen. Jetzt gucken wir kurz mal. Top 10. Hier Hakuna Matata. Das ist eine Ansage. Wir reden hier von zwei Champs. Wir reden von zwei Champs und einfach mal acht Titan. Und dann wird unten, denke ich, nicht mehr viel rumgräbeln. Ganz genau. Einer auf Kristall 1 und das war's. Also mit aller auf Champ. Könnte knapp werden. Könnte was werden, aber ich denke, das ist schon ein richtig hartes Ziel. Aber ich finde es halt eben mega geil, dass es nicht heißt, oh gut, okay, wir haben unser Ziel erreicht und fertig. Das war's. Ist dein Spendenknopf defekt? Auch nicht schlecht. Das ist dieses typische Bild. Du denkst dir, hm, woher weiß er? Ich habe gleich einen geilen Rate für dich. So. Aber das ist dieses typische Bild. Man guckt, man kann auch nicht sagen, oh naja, gut, okay, ich bin jetzt mal einfach offline, beziehungsweise keiner sieht's. Nova guckt immer, hat er die Sammler abgearbeitet und fertig. Dann, man kann sich da nicht verstecken. Ja, das passt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das reicht für den nächsten Fight. Auch wieder hier. Guckt's euch bitte an. Richtig geiler Loot. Wie gesagt, für mich natürlich uninteressant jetzt. Aber echt geiler Loot. Mir fällt gerade auf, ich habe nur einen Rage. Es wird eine harte Kiste. Also ich habe keinen Giftzauber dabei. Ich habe nur einen Rage. Also hier muss ich wirklich echt vorsichtig sein. Ja, selbst... Nee, ganz ehrlich, das ist mir halt mit einem Rage... Da gucke ich jetzt wirklich, ob ich einen ganz, ganz Low-Gegner finde. Beziehungsweise ganz Low-Gegner, ein Champ. Hm, ja. Läuft halt bei mir. Weil ich halt keinerlei Möglichkeiten habe, da irgendwie was auszumerzen. Wenn da irgendwas schief geht, bin ich dran. Und dann habe ich halt wieder Minuspokale. Das ist es einfach nicht wert. Das ist es halt nicht wert. Den hier hätte ich gerne angegriffen. Von hier aus. Aber das ist einfach zu viel. Das ist zu viel. Wirklich, der eine Rage reicht mir nicht. Ganz ehrlich, da ziehe ich einen Schwanz ein. Und das soll es erstmal für diese Folge wieder gewesen sein. Ja, haut mal bitte in die Kommentare, wie ihr das grundsätzlich findet. Klar, es sind natürlich jetzt ganz, ganz viele Videos zu der Poke-Jagd immer das gleiche. Sprich, ich greife an, ich zeige Angriffe und so weiter und so fort. Aber eine Poke-Jagd macht man ja jetzt nicht so oft, dass man jetzt einfach wirklich ein paar geballte Videos dazu hat. Und dann sollte das ja eigentlich passen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.